Entschuldigung, kann ich mich setzen? Es gibt keine freien Plätze mehr. Also, wie heißt du? Komm schon, verrate es mir doch! Ist es ein Geheimnis, weil du vor der Regierung fließt, um in deinem neuen Land ein neues Leben anzufangen? Hey, vielleicht kann ich mit dir mitkommen. Dann können wir beide für immer und ewig zusammen sein. Warte! Ich habe noch eine Menge Fragen für dich im Hut. Okay, Frage 1 von 273. Freust du dich auf das große Abenteuer, auf das du dich begibst? Beide polyahrneisen.' Vielleicht gleich noch eine Menge Kogler-Konierin. Koende Vielen Dank.